So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play LEGO City Undercover. Wir müssen in der letzten Folge hier mit Chase im Polizeipräsidium die Lage unsicher gemacht und müssen jetzt mal gucken, was genau wir jetzt machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall unser neues Tablet mit dem Zentralcomputer verbinden. Und ja, mal sehen. Er ist einfach am Sprinten. Wir pullen jetzt noch ein bisschen das kaputt und sammeln lassen. Ein bisschen von diesem Versuch immer. So ist das kaputt verbinden. Kommunikator verbunden. Aktualisierung läuft. Ein Prozent abgeschlossen. Fortschritts werden. Ich arbeite so hart. Ich wäre gegen Größtick ja nicht. Der feuert mich nur wieder. Ah, die Besprechung über Rex Fury wollte ich mir sowieso sparen. Hast du noch den Schlüssel zu seinem Büro? Ich habe ihn doch hier in der Hand, oder? Nein. Oh, dann habe ich ihn verloren? Einhundert Prozent abgeschlossen. Achso, jetzt habe ich hier unten auf dem Gamepad so eine Art Karte. Und da steht jetzt, was ich auch nicht schon habe. Ich glaube, das ist nur so, wie lange wir schon spielen. Wir spielen schon fast nur. Mein Gott. Eine Viertelstunde. Was? Bis wir die Kamera wiederfinden, sollen wir die Gesichter der Leute für Fahndungsfotos fotokopieren. Insofern müssen wir jetzt erstmal hier hoch und den Schlüssel da holen. Nehme ich an. Shout out for you. Gamepad. Okay. Hey Chase, hast ja deinen Kommunikator zum Laufen gebracht. Ja, aber jetzt muss ich Frank bei seiner Schlüsselsuche helfen. Kein Problem. Ich habe die Software auf deinem Kommunikator aktualisiert und seinen Scanner aktiviert. Sein Bildschirm zeigt dir jetzt Dinge an, die du sonst nicht sehen würdest. Geister zum Beispiel. Das war dein Spiegelbild, Frank. Danke, Ellie. Diese irren, glupschigen Augen gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja, wir haben jetzt den Detektiv-Scan freigeschaltet. Ich weiß jetzt nicht, wie der funktioniert. Aber wir gucken erstmal hier beim Büro des Schiffs. Mal sehen. Okay. Du willst den Schiff wecken? Okay. Ich will hier drauf gucken. Ach nee, okay, super. Das funktioniert alles so ohne. Dann ist das natürlich erst. Das kenne ich, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch bei Johnny Jones oder so. Oder irgendwie bei einem anderen Lego-Spiel. Jawohl, super. Dann holen wir mal eben den Schiff oder machen den mal eben wach. So. Super. Und jetzt prüren wir den einfach. Wachen Sie auf! Ich fülle mal, wenn der Tischfugel kaputt. Ich kippe ums hier noch ein Ding und... Oh, nein. Okay, dann versuch ich's mal mit richtig Getöse. Richtig Getöse. Aber wahrscheinlich können wir jetzt hier irgendwie daraus ne... So ne Dingenspawn. Ja, okay. Oder noch Radio. Yeah. Cool. Ich hab nur meine Augen entspannt. Und meine Arme. Und meine Beine. Oha. Du schon wieder. Toll. Besprechungsraum. Eine Minute. Ja. Kommt schon, Leute. Ruhe, bitte. Hey, Harry. Wie viel Kaffee hast du schon intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es sechs oder doch nur fünf? Nun ja. Okay. Auf jeden Fall genug. Ich komme direkt zur Sache. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahnden sollten. Rex Fury. Ist der riesig. Rex gelangt vor drei Monaten die Flucht von der Albatros-Insel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Behaltet das also im Hinterkopf. Also, Rex Fury hat sich schon im Alter von sechs Jahren dem Verbrechen zugewendet. Du liebe Güte. Ein durchaus wichtiges Detail, möchte man meinen. Elementar, mein Lieber. Unserem Durchbruch verdankten wir einer geheimen Zeugin. Geheim allerdings nur so lang, bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam. Folgt den Rasenmäher rechts ran! Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich! Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Um den tatsächlichen Übeltäter zu schnappen, hab ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Was zum... Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Äh, ich hätte da noch eine Frage, Chief. Bereit ist, den Verbrechern zu zeigen, Chase? Auch wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Natürlich! Der Letzte zahlt einen Monat lang alle Donuts für den Chief! Juhu! Ja, und soviel zum Thema Rücksichtsvollfahren. Und diese Ladezeiten sind so nervig. Aber wir haben erst mit dem hier im Gespräch. Ich habe deinen Kommunikator aktualisiert und das Navigationssystem aktiviert. Damit kannst du dich leichter in Lego City zurechtfinden. Ich habe die Cherry Tree Bank mit einem Polizeischild markiert. Wenn du die beste Route zu einem Ziel sehen willst, drücke und halte den Ort auf den Bildschirm deines Kommunikators. Na los, versuch's mal! Okay, und was müssen wir jetzt... Das muss ich hier unten gucken, wenn ich mir jetzt mal den Stift raus... So, der nächste Ziel befindet sich hier. Begib dich dorthin, um der Story fortzufahren. Ja, das war mein Plan. Aufgabenmarkierung. Hä? Wie soll das denn jetzt funktionieren? Denk dran, die Cherry Tree Bank ist mit einem Polizeischild auf deiner Karte markiert. Also, ich drücke gerade hier drauf, drücke und halte. Also, jetzt habe ich das hier... ausgelöst. Drücke und halte die Perfekt! Folge jetzt einfach der grünen Linie. Sie führt dich direkt ans Ziel. Ich habe das gleiche gemacht wie vorher. Aber okay. Alles klar. Freigeschaltet, Navigation, super. Ähm. So, jetzt strengen wir erstmal hier ein. Und, soll ich noch sagen wollt, dass es... Ne, ich schnette hier einfach alles. So, jetzt müssen wir ja schon das erste Verbrechen bekämpfen. Und welche Clowns, die in der Bank da... ... die Unwesen treiben hier immer zur Seite, man. Du lahme Ente. Ja, verdriffen? Jawohl. Ist das die Bank? Zeigst du, ne? Oh, direkt. Direkt drin. So. Super. Mit erhobenen Händen rauskommen! Was zum Clowns! So, jetzt laufen wir alle auseinander. Und wir müssen den ersten Clown verfüllen. Wenn das Lithoran war einmal. Dann müssen wir den Ramm oder was? Ja. Okay, wir haben vier lehnen. Lässt nur drei und ich hab nicht verfahren. Ist das hier ein Basketballfeld? Die müssen… Da, klar. Weil wir sind die jetzt völlig ewig. Stínhmal. Ja, das kann ja mal ewig. Schauen wir. Aber ich hab nee! Ich hab nicht mehr. Ja, so והנte frei drin. Ich hab ja nicht mehr als in der Stadt. Ich hab'sMarie in Christoph. Aber ich kann ein Mil universo kometern. Ich hab ich das mit dem Video aufgelder mex sweet. aber egal wir haben es voll die Explosion was ist los? ich muss ihn einschnappen oder was? der Fitfahrer zu Füß fahrt wo ist er doch? hätte ich ihn im Betuch fahrt ich fahre jetzt was macht er wahrscheinlich muss ich ausschweigen Halt oder ich laufe dir weiter hinterher ja wie läuft der denn? achso ah ok boah zack und jetzt Handschellen um ihn jawoll so den haben wir jetzt so bei eins von drei wahrscheinlich noch zwei ah ich stelle auf das Wii U Gamepad wo wir dich aufleuchten und ein Video können wir haben Chase hast du was Neues für mich? ja ich habe den Fluchtfahrer festgenommen sehr gut gutes Timing noch dazu denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet der auf das Dach steigt könnte einer der Verbrecher sein entweder das oder ich versau einem Kind gleich die Geburtstagsfeier bin unterwegs wo meine Polizei Drillerpfeife wohl ist ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still ok wir haben uns dadurch schon direkt markiert wo wir jetzt hin mussten oder? jo das ist schon direkt markiert jetzt und daneben ist irgendwie so ein Haus Symbol ich weiß das ist unser Haus ähm wir schnappen uns erstmal den Clown und gucken nochmal was da Sache ist ich muss sagen das Spiel gefällt mir also einfach so viel zu entdecken gibt bis wir die ganzen Map hier erstmal erkundet haben boah da haben wir einiges dazu erstmal chill ich hier so ein was auch immer so ist das erinnert mich irgendwie an einem Polo da gibt es hier die Polizeistation ähm da haben sie wahrscheinlich den Clown gemeldet da ist nämlich dieses Symbol das Haus ist ja drungs die Kölzer Schüttung erstmal aussteigen wir müssen bisschen Kohle einbommeln wo ich jetzt hier als Zivi rumlaufe hey alle mal herhören ist irgendjemand hier zufällig ein Clown Bankräuber? ok es juckt also kein wäre ja auch zu einfach gewesen ich kontaktiere wohl besser Ellie Ellie hier ist kein Clown in Sicht keine Sorge ich habe gerade die Scan Software der des Kommunikators aktualisiert ach Mensch benutze sie um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen und dann nimmst du sie fest? das kann man bisher noch benutzen dieses Scan-Ding wenn wir das nicht im iPad machen dann das ist halt immer iPad man achso oh was muss ich jetzt boah shit alter da unten sind Leute hier kann ich zoomen zurückzoomen das seht ihr jetzt leider nicht das tut mir auch leid aber keine Ahnung warte mal da ist ein Pfeil ist doch bestimmt der ok ich habe ihn gescannt denk dran die rote Markierung aber ich halte das Video die ganze Zeit an dass der Räuber sich versteckt oder versucht zu entkommen ja der wird sich wahrscheinlich verstecken mal ein bisschen Leben in diese Betonbüste bringen haha oh so gefällt es mir entzückend auch wenn ich es selbst sage und runter zack ich nehme einen Schlag an dass wir genau da wo wir sein können dass ich die Pflanzen eines Fremden bewässere haha oh 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 hast mich fast erwischt jetzt haut der ab na 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 komm wieder hoch ne haha kannst du nicht so hoch springen scheiß was du machst es mir echt nicht leicht professionell zu bleiben hihihihi wuhuuu bring die Kiste zu einer grünen ah hier ist noch eine Kiste oder was ist noch eine Kiste ne ich bringe eine Kiste haha kommst du hier nicht hoch aber hier ist eine Kiste ach komm und tu mich noch g komm bestimmt jetzt so ein Blumending raus Na 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 und das sie nicht wegläuft das auftmmich auch hier so ein kleiner Pils Tampolin jawohl ich scheisse mal auf das Geld weil hier liegt soviel rums können wir bestimmt später weg messen Hans knettert doch an der Bodenranke hoch. Hoppla, kaputt gemacht. Ich glaube, das ist noch ein bisschen sehr einfach. Ich glaube, das ist noch ein bisschen sehr einfach. Wir müssen jetzt scannen. Wo müssen wir hin? Hier unten. Mit Geld wird man auch hier echt zugeworfen. So, was haben wir hier? Ein Rad für das Wasser. Und der bestimmt jetzt Pflanzen hin. Das müssen wir kaputt hauen. Gut, dass der Schlauch einmal komplett da rumliegt. Und wo wir nur im Grunde daneben Wasser brauchen. Irgendwo hängt bestimmt das Wasser. Hier? Nee. Hier unten? Ah, hier aber bei der Tonne hängt es. Und dann ist da links noch mal so eine Tonne. Also, das ist eine Tonne. Also, das ist eine Tonne. Also, das ist eine Tonne. Ich müsste es da eigentlich gleich ankommen. Da hängt es noch irgendwo. Ach, hier. Ja, hier. Sorry, ich muss mal kurz stören. Super. Jetzt kommt hier noch ganz viel Geld raus. Mensch, was für ein Zufall. Ja, Freunde. Das macht doch Spaß. Also, ich meine, es macht echt Spaß. Ich will das Kommandien nicht anders sagen. Aber ich würde sagen, Spaß haben wir wieder morgen. Weil heute ist der Paragraph schon wieder zu Ende. Und deswegen würde ich sagen, bis dahin. Habt noch einen schönen Tag und einen guten Tag rein. Ciao. Ciao.